Mein Name ist Moritz Misspagel und als Rechtsanwalt berate ich Sie gerne zu allen Fragen des Zivilrechts, des öffentlichen Rechts und des Straf- und Strafprozessrechts. Gerne bin ich Ihnen mit Rat und Tat behilflich bei der Vertragsgestaltung, der Durchsetzung Ihrer Ansprüche und bei Ihrer Vertretung in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren. Mit der freundlichen Unterstützung meiner Mitarbeiterin berate ich meine Mandanten überwiegend auf dem Gebiet des öffentlichen und des privaten Wirtschaftsrechts und des Handels- und Gesellschaftsrechts. Was meint das im Einzelnen? Die Prozessführung in Verwaltungs- und Abgabenrechtlichen Angelegenheiten, die Planung und Durchführung betrieblicher Umstrukturierungsmaßnahmen, die Beratung zu Testamentsgestaltung und Erb- und Unternehmensnachfolgen. Im Übrigen erstelle ich auch spezifische Rechtsanwaltungs- und Erb- und Unternehmensnachfolgen. Anders als viele andere Kanzleien verfolge ich von Anfang an einen ganzheitlichen, generalistischen Beratungsansatz. Privat interessiere ich mich für Fußball, für Gitarre und Schlagzeug, überhaupt Musik und bringe mich neben der Rechtsanwaltstätigkeit in die Juristenausbildung insoweit ein, als ich Studenten der Australier im Handelsrecht und im Schuldrecht unterrichte und das Oberlandesgericht Braunschweig bei der Referendarausbildung im Klausurenkurs unterstütze. Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020